Ja, und weiter geht es mit Gearsen voll. Ich bin noch kräftig verkältet. Wir sind auf dem Weg. Ein bisschen verliessen, oder was das ist? In diesem Höhenhaus. Ich bin noch nicht. Kommt, schrölt dich. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. 3.1, ja leise, jetzt ist er schon Ich werde mir das mal aufsachen auftun, er ist super Hey, alle sauber hier draussen! Verdammt! Halt die Klappe, Coey! Oh oh, sorry, Baby! Es geht weiter! Wir können nichts dagegen tun, los weiter! Das ist irgendein grosses Viecher da unten Was ist der Weg? Oh ja! Ich fange die Scharfschützengewehre aufnehmen Wenn ich aber nicht weiss Ich werde das nächstens brauchen Die Hau von mir ab! Komm, verschwinde! Das sind die Locken wieder in den Fall, oder? Komm, verschwinde! Ich habe das gesehen Ich glaube, wir sind da Ja! Wenn er das nicht rauskommt Ich habe die Türbein comprehension Der Panzer ist fertig. Wir kommen rein! Verstanden Okay, mach mal auf. Markus. Locust hören nur aus einem Grund aufzugraben. Mully bereit halten. Oh, gespräch des Zähne. Ich verstehe nicht, dass sie gegen die Zähne sind. Oh shit, da kommen sie! Halt sie von Jack fern! Komm, ich fühle mich vor. Bist! Schön! Auf geht's! Markus, sie ist offen. Dann haben wir geschneidert Mully. Dann haben wir alles. Was? Sehr gut. Jack, klink dich ein und versuch was rauszufinden. Okay, Anja. Gleich habe ich die Daten. Stand by. Was ist das hier? Das sind Locust Tunnel. Das ist doch nicht möglich. Das können noch nicht fossile sein. Das ist eine Bienenwabe. Der ganze Planet ist davon durchzogen. Sie sind überall. Ich nehme an, wir haben jetzt genug Daten gesammelt. Mehr als genug. Dann nichts wie raus hier. Anja lad die Daten herunter. Geht nicht. Die Dateien sind einfach zu groß. Dann nehmen wir sie mit. Jack lad die Daten herunter. Okay, aber das kann etwas dauern. Ich bin so fällig. Mehr tun sie als Verschopperer. Sofort hochkommen, verstanden? Wo seid ihr? Vor dem Haus. Erster Stock, schnell. Schon unterwegs. Ja und jetzt. Was ist das Zeug mitgenommen? Oh ja! Scheiss Mischpfeiche. Wir sind im ersten Stock. Wir brauchen Verstärkung. Ja, wir können. Ja! Wuhu! Komm schon du Penner! Ist genau mein Ding! Gibt's nicht? Ernsthaft! Schnell! Wir gehen raus! Verkinderier! Ich hoffe, mich gar nicht mehr anzukommen. Dann bin wir hier ein. Ich bin mal einfach Essens, ein Typ. Ich bin natürlich ein Typ. Ich bin schon ein Typ. Also, dass ich mich überw Frederik, Ich habe hier nicht die Flasche. ich habe hier nicht wirklich eine Flasche. wieler Zeitung. Also, ich habe hier oben! Ich bin hier und dann. Ich habe hier, ich habe das auch hier. Die Lokos sind im Hof. Sofort hochkommen, verstanden? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist ja gut. Sieh mal, wer da kommt. Die Lokos sind draußen. Ja, wuhu. Komm schon, Baby. Cole und ich passen auf den Panzer auf. Ihr wartet auf Jack. Lass es hier nicht ins Haus. Lass es hier nicht ins Haus. Komm, da, 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 da. Scheisse, wie soll ich denn? Was ist denn? Super, klappt mir nicht ins Haus. Oh, das ist ja mal, Lina. Das war's für heute. Weg! 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 Nein! Ich habe die Sorge! Die haben die gleiche Waffe, darum... Ah, sorry... Das war jetzt dumm... Ich wusste nicht, was der Herr sagt... ...eine Sturmgewehr... Was ist denn da? ...eine Made weniger! Oh, ja... Wie ist der Wolf? Scheiße... Scheiße, Scheiße... Scheiße, Scheiße... Ich weiß, Mama... Scheiße! ...eine Made weniger! ...eine Made weniger! Oh, der Weg ist erne... ...eine Made weniger... ...eine Made weniger! ...eine Made weniger! ...eine Made weniger! Ah, das kann ich nicht mehr machen. Ah, jetzt kann ich es nicht mehr. Wollen wir auf der Seite das Haus gehen? Ja. Wollen wir auf der Seite? Oh, ich würde mal sagen, dass ich das nicht mehr verwendet habe. Wollen wir mal auf der Seite kommen, weil wir hier auch schon nicht mehr haben. Ich würde mal auf den Kopf kommen, weil ich... Ich fühle uns noch andere an. Das ist ja nur da, dass er wieder rufkommt, nicht so. Hm. Das ist wieder vor, nicht so. Das war's für heute. Ensemble! Loch beschlossen. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, no! Verdammt! Oh! Uh! Ich habe das jetzt gerade geschnitten. Sollte die von mir nachher eine Blockade auf der Tür schiessen? Schön! Jetzt sind wir wieder dabei. Die Töre läuft normal auf. Eine wunderversinkte Welt im Krieg. Und jetzt? Was ist denn mit dem los? Was ist denn los? Der Bug ist verdammt. Achtung. Wo hat es glitscht? Wie ist die Geisterhandel? Glitsch. Was ist das? Prima. Markus, Jack hat die Daten. Alle Mann zum Panzer! Schnell! Wenn ich repariert habe, dann müssen wir dabei sein. Ich bin leer. 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 Ich glaube, es ist ein guter Glitch. Ich bin leer. 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 Und ich bin leer. Oh, ja, 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 ja. Ich bin leer. Oh, shit, keine gristle. Granate werden jetzt geholpen. Markus, Jack hat die Daten! Allermann zum Panzer! Schnell! Wir sind repariert, aber dankenswerterweise. Oh, ja! Und jetzt sphär es, die Kampfer nicht gut. Und jetzt sphär es, die Kampfer nicht so gut. Ich bin Schnell, die Kampfer nicht so gut. Und jetzt sieh, die Kampfer nicht so gut. Chir, die Kampfer nicht so gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, schau. Und wie geht man den Reisen sich? Leitstelle, hier spricht Delta. Wir sind außen und haben die Kartendaten, over! Der Flug fährt jetzt los! Die Lightmass-Bombe ist montiert und einsatzbereit. Moment, die Bombe ist auf einem Zug? Korrekt. Die Befehlsstelle hat eine Emulsion-Sinkhole als Primärziel ausgemacht. Der Zug bringt die Bombe dorthin. Eure Zieldaten sorgen dann für den Rest. Und wohin geht's jetzt? Der Zug wartet am Bahnhof Timgat auf euch. Roger. Delta out. Achtung! Bleibt dran! Oh, Mist. Das passt. Klappen wir die Brücke runter. Bert, du kommst mit mir. Norm, Cole, ihr gebt uns Deckung. Erhal dich, Mann! Der Brumark war direkt hinter uns! Das ist doch nicht wahr! Warum bin ich da so krill? Oh nein, du Stück! Für die Königin! Wir haben Gesellschaft! Na dann los! Gib Markus Deckung! Er hat die Daten! Oh. 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 Noch mehr Larkust! Mist. Sie kommen von der Seite! Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße! Ich erinnere dich sich auch mal auf. Was studiert schon auf. Tod 부분 ist sehr nah auf. Ich erinnere dir. Es lässt sich auf. Von der Seite ist er. Oh, das ist gut. Schiff, schiff, schiff. Schiff, schiff, schiff. Schiff, schiff, schiff. Cole, ihr bewacht den ABC. Wahnsinn, es muss einen anderen Weg geben. Bert, mein Team, meine Ansage. Haltet euch bereit. Es geht los, sobald der Strom wieder da ist. Jawoll, Chef. Oh. Oh, was war das? Das ist ein Spinnen-Ding. Was ist das auch noch? Das ist ein Spinnen-Ding. Man, du hast dich angehört wie dein Alter. Der soll sich doch zum Teufel scheren. Er dachte, er könne den Krieg verhindern. Und schau dich um. Mit seinen Kartendaten können wir es zu Ende bringen. Ich glaube kaum, dass er die Ironie würdigen würde. Musik 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 Was ist das? Was ist das?